Offiziell präsentiert von der IWA Outdoor Classics, Eyes on Target und unseren Partnern Geco Ammunition und VfG Weapon Cam. Herzlich Willkommen bei Low Ready Media, ich bin der Ferdi von Foxtrot Echo Media und heute auf der IWA 2023 unterwegs. Jetzt beim Stand von Hunteck, das ist der Olli. Ja Olli, wie läuft's denn? Hallo Ferdi, grüß dich. Wie läuft's denn heute hier auf der IWA? Sehr gut, erster Tag der IWA ist schön wie immer. Die Hallen füllen sich, viele Leute am Stand, viele neue Dinge. Wir sind froh hier zu sein. Super. Was habt ihr denn Neues mitgebracht auf der IWA? Wir hatten ja im letzten Jahr unsere Hunteck Fuck Makes vorgestellt und haben jetzt für AR Magazine und Kurzwaffen Magazine und wir haben das Ganze jetzt quasi ergänzt durch eine Magazine Pouch, eine Light Pouch, die Fuck Light Pouch, um beim Namen zu bleiben. Die passend ist zum Beispiel für Next-Torch Lampen oder auch für bestimmte Shure Fire Lampen mit einem bestimmten Kopfdurchmesser. Die Taschen funktionieren so, wir haben quasi eine Außenhülle aus Cordura, wir haben ein Insert aus Kydex, unser Befestigungssystem, was auf Molle geht, was ich aber auch zu einer Gürtelschlaufe machen kann auf der Rückseite. Und hier habe ich halt die Möglichkeit zum Beispiel einfach auch eine Next-Torch TH30 reinzusetzen, zusammen mit dem Führungsring und sofort die Taschenlampe griffbereit zu haben. Nimmt wenig Platz an der Einsatzausrüstung weg und hält die Lampe absolut sicher. Und ich sehe auch, es ist unten schwarz, also das heißt, wenn die unbeabsichtigt angeht. Wir können mal hier drauf drücken, also wie ihr seht, es ist keine Lichtemission auf der Unterseite, sodass ich auch da geschützt bin. Super, ja super. Also auf jeden Fall, super Produkt, ich werde es mir auf jeden Fall besorgen, weil ich habe da eine Selbstbaulösung und die funktioniert so malala. Ja, mega cool. Vielen Dank. Wo finden wir euch denn? Wer das hier erwerben will, wo kann man euch finden? Ihr findet uns im Internet unter www.hunttech.de. Wir sind in einem großen Bereich tätig, das heißt von Waffen über Optik, über Ausrüstung, Zubehör, Halbautomaten, Schießausbildung selbstverständlich. Findet ihr alles bei uns. Super, vielen Dank. Also ihr wisst Bescheid, unten wird es verlinkt. Dann bis zum nächsten Video. Danke. Danke.